Herzlich Willkommen zu Let's Play Together Minecraft Folge 47 und gleichzeitig unser 100. Video. Ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir unsere Monsterfallen umbauen zu einer XP-Farm, also ja Monsterfallen und XP-Farm. Sie greifen dich an und mich nicht. Und darum machen wir das jetzt auch. Zuerst mal alles ausleuchten. Damit wir nicht gerade umgebracht werden. Oh, hier unten hat es wieder mega viele Slimes. Komm mal schauen. Ja, warte schon. Was machst du? Wieso lässt du das Wasser weg? Weil wir es jetzt nicht gut brauchen können. Doch. Dann müssen wir alles wieder nicht tun. Das ist uns auch ein wenig unnötig, nicht? Also ich würde es einfach dort lassen. Denkst du? Ja, wir müssen ja sowieso... Okay, da unten müssen wir dann vielleicht irgendetwas machen, aber... Weisst, hätte man vielleicht noch einen Leiter mitnehmen? Ja, können wir ja so einen Steck runter bauen. Ah! Okay, ja. Ich schaue es gerade in die Augen. Wegen? Weil ich genau drei Leben noch habe. Und unten das Creeper, das Gerät und alles sind. Ich mache das auch mal ein wenig Licht. Die grossen Slimes sind auch nicht so... Was machst du da wieder? Oben dran hast du auch gerade irgendeinen Slime zu spawnen. Oben dran? Aha nein, oben. Was war das? Oder was war das? Ah, sie sind gerade ein bisschen... an einer blöden Art. Trifft sie gar nicht. Und auch jetzt. Au! Du bist auch gestorben. Juuu! Also ja, auch. Du bist gestorben. Was macht eine Spinne da oben? Wow! Sieht mich gerade ins Loch runtergerührt. Okay, jetzt wird es langsam gehören. Was macht plötzlich einfach... Es ist alles ausgeleuchtet und es kommt einfach eine Spinne hoch. Und an dir ist wahrscheinlich keiner vorbei, oder? Sie ist mir auf den Kopf gehalten. Ja, behindert ist das. Aber schau mal. Ich war Level 26. Nein! Ah, scheiße. Wieso ist der jetzt explodiert? Das ist jetzt richtig unnötig gewesen. Geh nicht runter zu den Monsterfallen, oder? Dort bleibt mein Zeug. Ja! Okay, wir haben es immer noch nicht gelernt. Wir fehlen immer noch fast bei jeder Folge ab. Also ja. Ah, jetzt stösst mich noch so ein Schle... Jetzt bist du schon wieder... Wieso? Wollen die mich verarschen? Sie... Sie... Hey, nein! Geht weg! Ich komme nicht runter. Weil überall so Slimes die Leitern... Geht mal weg da. Geht. Geht mal weg da. Ich kann jetzt... Wieso musst du überhaupt da drüben? Ja, weil da mein ganzes Zeug rumliegt. Was? Hast du dich in die Luft gesprengt da? Ein Creeper ist explodiert. Wow! Es hat mega viele Slime-Balls gehabt. Zu einer Stunde hat es auch noch gehabt, oder? Oh, da unten hat es... ...eine ganze Slime-Armee. Okay. Weil ich schon fast abgetötet habe. Also, ähm... Und dann müssen wir halt da... Wo sind eigentlich die gespawnt? Fail to the beginn? Wie immer. Stimmt. Also nein, mir fällt... Amix fällt mir aber die ganze Folge durch. Also ja, ähm... Jetzt müssen wir schauen, da haben wir das genau... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Fuck you! Und dann geht's ab. Ich muss auch noch mal wieder hochkommen. Sonst... Frag ich grad nochmal. Aber jetzt ist eigentlich nichts mehr passieren. Was... Was ist jetzt das schon wieder gewesen? Ich lebe hinter dir. Wo? Ich sehe da keiner. Er ist schon fast auf da unten. Ja. Okay. Ähm... Wieso komme ich jetzt da nicht hoch? Das ist schon unlogisch. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Ah, jetzt. Also, wir haben jetzt da... 3, 6... Es muss also noch 2 weiter hinten. Oder? Einfach grad da runter. Wie wollen wir das machen? Keine Ahnung. Was ist jetzt das? Was machst du? Ups. Nimm doch das Wasser, sonst ist es gerade ganz weg. Will ich ja eigentlich auch. Ja, hast du aber irgendwie nicht gemacht. Ja, ich hab's irgendwann mal schon mit. Nein! Schon wieder. Ähm... Okay. Das ist jetzt irgendwie komisch. Wieso ist da eigentlich so ein Loch noch? Das habe ich nicht gemacht. Nein, das musst du dann klassen. Wieso? Wenn wir es dann noch brauchen. Jetzt sagt mal, wir müssen die Arme wieder richtig anordnen. So, so. Ich habe noch deinen Kübel. Okay, da unten brauche ich ja eigentlich... Ich habe keine Angst. Das ist jetzt ein Loch. Ah ja. Ich will es holen. Also... Wie machen wir es jetzt? Dass sie gerade hier runter fallen, oder? Nein! Was, nein? Sie kommen hier, wir können ja hier gerade runter bauen. Aha, ja nein, das ist aber zu viel. Weil... Es wäre besser, wenn wir hier wieder Wasser machen. Und dann geht es gleich alle auf der gleichen Linie runter, weisst du? Weil sonst sind sie ja wieder auf den Raum verteilt. Und dann müssen wir sie wieder in die zusammenspülen. Aha, so wieder meinst du das? Also, dass wir jetzt da irgendwie so ein Loch machen. Wo belangt es denn mit den 23, aber? Ja, ich denke schon, oder? Sonst hauen wir sie alle zweimal. So, probieren wir sie. Also, gerade da. Und da, wo ich jetzt aufgemacht habe, würde ich sagen, oder? Okay. Das können wir da ja mal lassen. Ja, ja, ja. Also, wir müssen aber abzählen. Also, hast du gezählt? Das sind jetzt 3. 5, 6, 7, 8, 9. Hä? Was, 9? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 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 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, alle. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir beide da unten. Äh, ja, jetzt müssen wir wieder hochkommen. Hast du eine Fackel? Ja. Ja. Komm da rauf. Komm schon auf den Stein da rauf. Grab mich jetzt einfach so rauf. Ich mach da so einen schönen Tunnel in die Wand. Komm da rein. Aha. Ja weisst, da müssen wir ja sowieso aufdingseln. Uff. Dunschen gefunden, mit einem drin. Mit einem? Und Slang. Ah, da sind wir aber schon gewesen. Wirklich? Ja, sonst hat sie ja nicht die Fackel, oder? Ah, schau da. Das ist in so einem Tunnel. Und das ist glaube ich unsere alte Stege. Hä? Oder sind wir... Nein, wo sind wir jetzt wieder hergekommen? Da. Ja, das stimmt auch. Also der unterste Punkt da ist der tiefste. So tief muss alles werden. Der Fackel ist, ja. Oh, Fail. Was? Das ist aber nicht gut. Wege? Schau es dir mal genau an. Aha, das ist schon Bedrock. Ich weiss, wie wir es machen könnten. Wir machen jetzt einfach eins höher. Ja. Und hier unten dann auch. Eins tiefer, Mensch. Wo ist die alte Stege? Ich weiss nicht. Ist doch egal. Wir müssen da jetzt irgendwie raufkommen. Ich weiss nicht, ist doch egal. Ich weiss nicht, wir haben jetzt gerade einen Scheiss gemacht. Ups. Äh, ja. Wir sollten vielleicht mal probieren, wieder raufkommen. Ah, da. Zu, da kommen wir ja da rauf. Ich bin sicher, haben wir nicht oben dran zugemacht. So. Dann kommen wir hier zu den Stegen. Ah, da kommt man ja in die Monsterfall hinein. Hä? Ich bin jetzt gerade, ja. Ich glaube wir checken unsere eigenen Höhlen nicht mehr. Ich bin jetzt schon hier oben, gell? Ich auch. Ich bin hinter dir. Fail. Oh. Schau. 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 Meinst du, gleich wie ich, dass wir jetzt hier einfach eins höher machen, alles? Ja, genau. Oder wir können auch gerade zwei. Wieso zwei? Wieso? Ist vielleicht besser, weil dann haben wir unten dran eine Erhöhung. Was ist, dann bauen wir da die da gerade noch weg. Und dann tun wir zwei Reihen. Achtung. Fuck. Was? Also. Was hast du jetzt wieder gemacht? Von oben kommt. Okay, wir schauen ja nicht darauf, dass es schön aussieht, oder? Nein. Nein. Sonst müssen wir jetzt alles mit Clean Stone und so. Aber ja, das kann man halt nicht. Und wenn ich jetzt hier runterkomme, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Was hast du jetzt wieder? Ich bin... Ich habe mir den eigenen Boden unter mir weggegraben. Ich tue mal da den Ausser rein. Also bis zur Fakle ist es jetzt 24. 24 ist aber eins zu viel. Ja, eben ist es zu viel. Aber es kommt... Weil wir oben ja zwei gemacht haben. Ja, schauen wir das nachher an. Achtung. Du grabst dir auch den eigenen Boden unter den Füssen. Ah nein. Ah nein. Da hat es schon wieder so einen Gang. Ja, das ist Schüssegang. Dort sind wir ja gekommen. Ich weiss, aber dort oben hat es nochmal so einen Gang. Wir haben irgendwann ein bisschen rumgegraben. Ja. Ist das schon am aussersten Rand da? Das, was du gemacht hast? Nein, das, was da halt auch ist. Ja, eigentlich schon. So. Also dann geht es da runter. Wo jetzt? Wir müssen nur noch einen Ausgang machen. Weisst du, so einen Raum, wo wir nachher das Zeug auch farmen können. Ähm. Ja. Ich mache mir jetzt da mal einen Weg hoch. Zu diesem Gang. Da hat es nochmal so einen komischen Gang. Eben. Es hat überall so einen Gang. Oh, da. Das weiss ich. Da haben wir mal ein bisschen gefarmt. So ein Höhlensystem gemacht. Also da kommt man ja direkt wieder in die Monsterfall hinein. Bei diesem Gang. Kommt man da noch weiter auf Englisch? Und da ist nochmal so ein Höhlensystem. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir die Stäge noch haben. Ich dachte, die haben wir zugebaut. Nein, voll nicht. Aber oben dran haben wir sie zugebaut. Wo sind wir da wieder? Da ist gar nichts. Egal, ich komme jetzt hier wieder. Wir müssen ja schauen, dass die nachher wieder funktioniert. Ähm... Und da überall. Also. Das sollte jetzt stimmen. Jetzt, wie tief ist es? Äh, bist du oder fuck, glaube ich genau 24. 24? Ist aber... Ich weiss zu viel, aber jetzt komme ich da nicht mehr runter. Wenn ich jetzt runterkomme, bin ich ziemlich sicher tot. So 99%. Ich könnte probieren, den Gang reinzukommen. Obwohl, muss ich mich jetzt schon wieder umbringen. Ich bin schon wieder Level 6. Wo wir ja nachher eine XP-Farm haben. Stimmt. Ich habe es sogar geschafft, hier rüberkumpen. Jetzt kann ich dort rüberkumpen. Nein. Okay, ich kann nicht dort rüberkumpen. Scheisse. Schon wieder verreckt. Ey, bist du jetzt mal zu 100 Stunden? Wow, nein! Das ist dein Zeug. Ich weiss. Hast du es aufgenommen? Nein, eben nicht. Aber ich weiss eben nicht genau, kommt man da irgendwo rein? Ja. Also nein. Hast du einen Gang gebaut? Eigentlich nicht. Ähm, du müsstest dich irgendwie zu einem Gang aufbauen. Siehst du meinen Namen? Ja, warte schnell. Ich komme dich schnell holen. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Wo? Glück gar nicht. Da musst du dich rüberkumpen, siehst du mich? Da musst du dich rüberkumpen. Da. Wo? Durch den Sand runter. Hä? Was? Da? Da rüberkumpen. Ups. Ja, musst du schauen, dass wir nachher auch immer noch rein kommen. Ah, da hast du so einen Eingang gebaut. Nimm dein Zeug. Ich gehe gleich wieder sterben hier unten. Okay, das brauche ich. Nein, das. So. Jupp. Äh. Also wie viel, welche Höhe hat es das? Und wo sind wir denn? Ist zu der Fackel 24. Okay, das heisst... Es ist... Was? Jaaa. Oh, habe ich dich gerade geschlagen? Ich habe noch einen halben Leben jetzt. Ich habe dich mit der Spitzhacki geschlagen. Ja, ich habe es gemerkt. Es wird weit hier. Ups. Also das heisst, jetzt machen wir da mal einen Raum. Aha. Also ich mache ihn jetzt einfach mal. Oh, ich bin Tarzan. Was? Bist du aber nicht verreckt, oder? Ein halbes Leben habe ich noch. Warte mal, ich habe Essen dabei, willst du? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. So. So. Jetzt sind wir ja schon wieder in diesem Raum. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt finden möchten. Ich habe noch nie irgendein Let's Play gesehen, wo man eine Monster-Farm gemacht hat. Äh, eine XP-Farm gemacht hat. Ja, wir müssen jetzt halt einfach diese Farm machen, sozusagen. Ja, also... Also... Ja, nachher geht's ab und nachher können wir es da unten gleich zusammeln, oder wie? Nein, sie dürfen ja nicht verrecken. Aha, nein, stimmt. Wegen dem ist ja 23. Jetzt müssen wir so machen. So wahrscheinlich. Natürlich. Dass sie nicht dort laufen können, aber dass sie da unten so... So... Mit dem halben Leben, nachher können wir sie da unten schlagen. Eben. Ja. Dann machen wir... Schau. Wir machen hier so eine Wand durch. Würde ich mal sagen. Und dann da so. Siehst du, wie ich meine? Ja. Ja, äh... 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 Ja, das da ist sowieso jetzt langsam unnötig. So. Ich geh mal da oben alles gleich aufmachen. Fackeln wegnehmen und so. Ja. Und... Ah, also Wasser müssen wir aber zuerst wieder rennen tun, gell? Ja, ich hab ja einen Kessel dabei und alles. Sicher, ich hab einen Kessel. Ist das vielleicht rein? Ich hab... Ah, okay. Ich mach mal da unten noch ein bisschen den Boden... Geräte. Wenn ihr da mal alles ausfüllt. Wo wir einen Diamanten gesucht haben. Und nicht gefunden. Ja doch, am Schluss haben wir doch einen gefunden dort. Nein. Sicher? Ich weiss nicht mehr, es ist schon länger her. Ah ja. Äh... Wir sind schon wieder 18 Minuten dran. Ja, die können wir aber schnell fertig machen, oder? Ja, ja. Es ist ja die hundertste Folge, also. Hm. Das hier brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Nein! Was ist das denn da gewesen? Nicht Wichtiges. Es hat aber irgendwie wichtig getönt. Es ist gar... Es kann ausversichtlich ein Wasserfall ausgerissen. Okay, also... Wir haben jetzt halt so viele Höhlen und so, die einfach so sind. Ah, ich habe eine Idee. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen unnötig. Nein, da kann man einfach drüber kumpfen. Und diesen Raum brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade rauf gekommen. Du mal die Fackeln weg. Hast du das Wasser schon nicht da? Richtig, überall? Nein. Wo nicht? Ah, hier unten. Ich habe ein Problem. Was für ein Problem? Ich komme mich wieder rauf. Aha. Aha, du kannst über den Gumpen im Fall. Ich probiere es lieber nicht. Schau, ich komme nachher runter. Nein, ich habe es gemacht. Aha, okay. Ja, und die Fackeln wegnehmen hast du vielleicht auch noch gedacht? Jetzt habe ich gedacht. Schau, ich probiere es auch mal. Ich glaube es sollte eben gehen. Wenn da... Oh shit, jetzt wird es kompliziert. Ja, es geht. Ja genau das. Aber ich bin jetzt eben... Oh nein. Ja, ja, machen wir einfach mal fertig. Ah, es funktioniert aber gut. Wenn man runterkommt, hat man genau noch ein halbes Leben. Okay. Weisst du, was haben wir noch nicht gedacht? Ja, machen wir einfach mal fertig. Tschüss. Was? Nein. Aha. Äh. Nein. Spinnen kommen ja immer noch raus. Wie machen wir das? Ähm. Jedes zweit. Einfach zu. Stimmt. Stimmt. Aber mit Hack. Was ist das? Mal schauen, wie lange sind wir jetzt schon. Schön nochmal überziehen. Egal. Wird es halt ein bisschen länger. Wir können ja sowieso Videos rufen, die länger als eine Viertelstunde sind. Was machst du jetzt? Hm? Was machst du jetzt? Hm? Gar nix. Wie machen wir so? Wie machen wir so? Ich weiss so. 10. Lernst glaube ich noch nicht. Okay. Ja, das sollte etwas gehen. Ja, das sollte etwas gehen. Was? Ja. Ja. Wo ist sie? Aha, da ist es. So jetzt. Funktioniert. Hoffentlich. Jetzt müssten nur noch mal ein paar Monster runterfallen. Mhm. Mach jetzt aber nicht. Äh, dort. Was? Ich kann mal schauen, ob ein Brett zu bauen ist. So. Ich glaube, es sparen gar keinen. Nicht? Oder noch nicht? Noch nicht wahrscheinlich. Ja okay, sie müssen sparen eigentlich. Oh, wir haben gerade einen Kommentar bekommen zum Minecraft Film. Weisst du was für ein Kommentar? Nein. Schlecht. Ah. Ja. Okay. Es ist eine sehr konstruktive Kritik. Würde ich mal sagen. So Leute brauchen wir doch. Ich kann da einen Creeper im Loch herum schieben. Schau einfach, dass er nicht explodiert. Er lebt ja irgendwie gar nicht. Was er lebt nicht? Komm mal hinauf. Hier ist es so dunkel. Okay, warte. Vielleicht ist es auch nur irgendein hell ab mir. Wo? Siehst du da denn keinen Creeper? Nicht wirklich, nein. Du schiebst ihn aber herum bei mir. Ich schiebe nur dich herum. Nein, du schiebst den Creeper herum bei mir. Das ist ja voll geil. Ich habe einen Creeper, der gar nicht extensiert hat, den ich herumschieben kann. Ist es vielleicht der, der mich vorher in die Luft gejagt hat? Ja, kann sein. Aber da hinten ist irgendwie noch nichts. Egal. Das kommt dann in der nächsten Folge wahrscheinlich. Machen wir jetzt mal fertig. Wir sind eh schon viel zu lange am überziehen. Alles weiss. Tschüss. 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 Tschüss.